Hallo an alle, ich bin wieder da, ich wollte euch jetzt mit diesem Video ein bisschen zeigen, wie könntet ihr euer Bilder markieren, ein bisschen eine Art Baselzeichen sozusagen. Zuerst musste man für ein Bild einfach eine Stelle markieren, wo wir unser Text einfügen wollen. Nicht mehr als das, im Bearbeiten Text einfügen, markieren, drücken und dann an dieser Stelle könnten wir einen Text eingeben. Um diese Zeichen hier hinzufügen, muss man einfach hier drücken, hier ist es ganz intuitiv. Hier sind die Einstellungen für den Text und die Farbe und so weiter. Dann OK und dann sehen wir da unsere Markierung. Es reicht völlig aus, meistens. Jetzt, was passieren, wie mehrere Bilder auf einmal, das ist auch ganz einfach mit dir von mir. Zuerst gehen wir an Datei, Patch Convertierung und umbenennen. Und hier müsste dieser Zeichen hier eingestellt sein. Spezialoptionen aktiv und dann in Sätzen reingehen. Einmal hier rein, könnte man Text einfügen und da in Optionen rein. In Optionen, das ist die bekannte Fenster von vorhin praktisch. Nur hier können wir mehr Einstellungen machen. Die Position oben, links, rechts und so weiter. Wie ihr seht auch, kann man auch einen Text machen. Ist genau dasselbe. Hier belassen wir es so. Dann bestätigen wir mit OK. Und jetzt müssten wir die Bilder, die wir markieren möchten, da unter hinzufügen. Auch geht mit dem Knopf hier, mit dem Button hinzufügen. Einmal markieren und dann hinzufügen. Und wichtig ist auch manchmal, dieses aktuelles Verzeichnis zu verwenden, damit die Bilder da kommen. Dadurch, dass wir hier nehmen, Patch Convertierung und umbenennen, werden neue Bilder gemacht. Und diese Bilder werden so heißen, Imagen, mit einer Nummer da hinterher. Wir machen es einfach jetzt. Keine Fehlermeldung, Patch Benden. Das ist nicht unsere Bilder. Da müssen die an den Ordnern neue Bilder, und da sehen wir ein paar. Und wie ihr seht, haben wir hier unter eine Markierung. Der ist etwas kleines, deswegen ist die Schrift dann größer. Und unser nächster. Ich hoffe, es hilft irgendjemandem. Das ist eine kleine Markierung, aber es hilft manches. Manche Leute bestimmen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.